hallo ihr lieben und herzlich willkommen in belgien in spa wir sehen hier die berühmt berüchtigte eau rouge und die strecke ist so ziemlich die beliebteste glaube ich im gesamten formel 1 fahrerfeld zumindest kimmy raikönnen dürfte riesen fan sein aber auch alle anderen lieben es hier zu fahren die schnellen kurven allein die eau rouge auch wenn man mittlerweile das gas nicht mehr lupfen muss sondern einfach voll durchfahren kann ich glaube auch das hat seinen reiz oder auch die letzten kurven aber auch im mittleren sektor gibt es verdammt verdammt schnelle kurven die man dann aber nicht voll nehmen kann diese strecke hat einen unglaublich geilen flow und wir können hier hoffentlich ein bisschen besser überholen lewis hamilton hat hier eine absolute traumzeit hingestellt eine sekunde schneller als jeder andere pilot auf drei und vier gleich hinter unserem teamkollegen sind dann die beiden williams und dahinter erst auf platz fünf niko rosberg der in der mod in der mid season also mitten in der saison jetzt so ein bisschen schwächelt ich muss sagen dass es mir ein bisschen sorgen macht fast schon sorgen bereitet dass nico hier so schwächelt aber gut wenigstens ist ein hamilton da ganz vorne der uns herausfordern möchte und ich würde sagen ohne lange umschweife geht es jetzt einfach direkt los ich überlege nur noch mal ganz ganz kurz es sieht nicht so aus als könnte es regnen deswegen nehme ich hier direkt am anfang die primes mit und dann probieren wir uns mit denen durchs feld zu schlagen man kann hier super überholen insofern ist der reifen nachteil jetzt nicht so ein riesen nachteil wenn man jetzt von hinten startet let's go so schon wieder war der start nicht gut trotzdem überholmanöver hinbekommen die erste kurve sieht dann immer wieder ein bisschen besser aus in f1 2016 sind die staats dann wieder ganz anders also ich muss mich hier nicht mehr an die staats gewöhnen das ist kein problem dass ich die hier nicht kann und jensen button da bin ich kurz aufs gras gekommen ja aber wir sehen trotz vollem tank fahren wir hier 360 auf der camels trade und überholen damit drei fahrzeuge zwei mclaren honda und ein manner gut mclaren honda hier zu überholen auf der geraden ist nicht so schwierigste aufgabe die nächsten fahrzeuge werden ein bisschen schwieriger zu überholen sein nico hülkenberg aber trotzdem 360 kmh macht jetzt schon spaß ich muss jetzt aufpassen hier bloß nichts zu übertreiben nicht voreilig reagieren da habe ich das da habe ich die kurve nicht so gut bekommen hier ein bisschen lupfen und hoffentlich neben hülkenberg jetzt sein muss da aufpassen magnus nicht in die kiste zu rauschen und wir haben nico hülkenberg im moment wir haben ihn überholt und kevin magnussen bleibt da ganz weit rechts gut dann nehme ich die außenbahn hier funktioniert das da kommt er noch mal super nach an wheel to wheel racing aber wir kriegen auch den denen in renault diensten und erikson und quert die beiden haben sich gefunden och mist boah alter schwede dass da nicht mehr passiert ist oh mein gott oh mein gott ja nico hülkenberg und magnussen jetzt wieder vorbei aber indirekt haben wir dann die quert sogar mit diesem anstupser geholfen der ist jetzt wieder an erikson vorbeigezogen oh kurze berührung hülkenberg und erikson und hier sehr spät auf der bremse blockieren das rad rechts vorne und wir haben es geschafft auch an nico hülkenberg vorbeigezogen die ersten runden sind hier wieder von extremer spannung eingenommen genau wie in ungarn so eine gute sekunde rückstand jetzt noch zu danny quert so eine gute sekunde rückstand jetzt noch zu danny quert das dürfte sich gleich ändern die fahren jetzt seite an seite durch blanchiment und wir sind vorbei an magnussen der leidtragende aus dem quert überholmanöver oh nein nicht im ersten bitte oh man das hat jetzt viel zeit gekostet da ist die gesamte stabilität für die gesamte kurve dann weg oh gelbe flaggen oh nein ich darf ja nicht überholen ich darf auch eigentlich kein DRS nutzen was macht quert da Sainz war da langsam oh und da hat es glaube ich gekracht wieder und hier steht hamilton den habe ich noch angesprochen hier aber trotzdem ist er hier am streckenrand und damit ist der neue führende wieder einmal unser teamkollege Kimi Raikönnen wahrscheinlich dann ich lege mich langsam fest wahrscheinlich unser größter Konkurrent im Titelkampf das ganze irritiert mich so hart dass ich hier wieder den kompletten Anschluss zu danny quert verloren habe meine Fresse was ist denn hier los schon wieder ein Mercedes im Nirgendwo und schon wieder ein Ausfall bei einem Mercedes ich glaube Toto Wolff und Niki Lauda würden hier nicht so erfreut sein wenn die Saison so laufen würde wie hier im Spiel wobei die die aktuelle Pace von Sebastian Vettel doch ganz gerne sehen würden der hier gleich von Magnussen kassiert wird wenn er sich nicht anstrengt mittlerweile zwei Sekunden Rückstand zu danny quert gehabt ja jetzt nur noch anderthalb im dritten Sektor geht es halt häufig geradeaus aber zumindest muss man da einfach einen Bleifuss haben meistens Och man und jetzt schon wieder eine gelbe Flagge was ist denn jetzt schon wieder passiert Oh man da liegt Palmer mitten auf der Strecke und da ist noch ein Fahrzeug gewesen das jetzt ausgeschieden ist wir sind nämlich von 11 auf 9 nach vorne gerutscht was ist denn hier los was ist denn hier bitte los meine Güte ey da kriegt man ja Todesangst man möchte ja einerseits nicht so viel Zeit verlieren andererseits denkt man sich okay wer weiß wo die Leute rumliegen und in dieser Situation war Palmer mitten auf der Strecke und da hätte es definitiv zumindest ein Virtual Safety Car gegeben in F1 2016 und wenn da sowas ähnliches wie hier passiert dann würden wir uns darauf auf jeden Fall freuen 2,8 Sekunden der Rückstand aber mal ganz ehrlich man kann die bisherigen Rundenzeiten auch nicht wirklich miteinander vergleichen. Wir haben in jeder Runde gelbe Flaggen gehabt. Wir mussten in jeder Runde mal ein oder zwei Leuten ausweichen. Ich war immer wieder irritiert. Und zu allem Überfluss werden wir jetzt auch noch von Magnussen kassiert. Was ist denn heute los? Ich habe zwar die härteren Reifen, aber warum bin ich denn so langsam? So, vorbeigezogen. Jetzt mit DRS nochmal schneller und wir waren schon vorbei. Das ist jetzt die dritte Runde in Folge, in der es hier gelbe Flaggen gibt. Oh, aufpassen. Da ist ein Sauber. Und ein Williams und Dani quer dreht sich. Was machen die alle denn hier bitte? An Hülkenberg? Wann bin ich denn an Hülkenberg vorbei? Okay, also Okay. Also gut, dann ja gut, Magnussen, überhol mich einfach. Ist ja nicht so, als würden gerade gelbe Flaggen geschwenkt. Kann man ja ignorieren. Also irgendwas geht hier gerade ganz groß schief und schon wieder gelbe Flaggen. Auch die FIA kann hier nicht mehr richtig durchblicken, was passiert. Es verhängt hier einfach irgendwelche Verwarnungen und Strafen gegenüber Sebastian Vettel. Und ja, das ist ein bisschen doof, aber ich bin froh, dass ich zumindest heil durchgekommen bin. Und insofern passt schon. Die kriegen wir in zwei Runden wieder. Nein, einer. Den ersten kriegen wir auf der Camel Straight. Der hier die gelben Flaggen übrigens ignoriert hat. Und Nico Hülkenberg, der anscheinend vor uns gewesen sein soll, zum Zeitpunkt als quert gecrashed ist, biegt jetzt an die Box ein. Den haben wir aber auch kassiert. So, Max Verstappen ist fünf Runden gefahren und auch an der Box gewesen. Hamilton jetzt unmittelbar hinter uns. Scheint so, als hätte er sich nicht zu viel beschädigt. So, und jetzt haben wir noch freie Fahrt. So wirklich genießen können wir das nicht, denn die Reifen bauen gerade extrem ab. 9,7 Sekunden der Rückstand zu Daniel Riccardo. Hamilton mit 4,5 Sekunden Rückstand seinerseits. 4,5 Sekunden Und im zweiten Sektor ist Daniel Riccardo super schnell. Hat wahrscheinlich viel weniger, viel mehr Flügel dabei, meine ich. Und natürlich hat er, denke ich zumindest mal, die weichere Reifenmischung. Kimi Rai können nach dem ersten Boxenstopp wahrscheinlich immer noch bei uns. Ja, wir haben aber auch so viel gerade erlebt. Das war ein bisschen zu viel fast schon. Für ein Rennen war das wirklich zu viel. Alter, wie viele Kollisionen gab es denn hier bitte? Das ist unglaublich. Unglaublich einfach nur. Jetzt haben wir eine Williams-Ummindelbar vor uns. Ich probiere ein bisschen knäpperes Benzinmanagement zu betreiben. Im zweiten Sektor, zumindest in diesem kurbigen Teil, gehe ich aufs Mager-Gemisch. um später für Überholmanöver und für Aufholjagden nochmal ein bisschen zusätzlichen Sprit zu haben. So, hier kann man wieder aufs normale Gemisch wechseln. Das funktioniert einwandfrei alles. Und Valtteri Bottas zieht hier mit frischen Reifen davon. Ja, ich habe überlegt, vielleicht könnten wir ja angreifen Pustekuchen. Also, Reikönnen und Bottas nach sechs Runden drin. Damit nehme ich mal an. Für drei können jetzt nochmal sieben Runden fahren und dann neun Runden auf dem harten fahren. Ich weiß es nicht so genau. Bei uns steht hier acht. Das heißt, wenn ich jetzt zweimal weich fahren möchte, zweimal sieben Runden fahren müssen. Ja, in Spa ist der Reifenabrieb ohnehin extrem. Ja, und der Effekt des Reifenabriebs natürlich auch, denn du hast wenig Flügel dabei und wenn du jetzt mit schlechten Reifen fährst, macht sich das umso mehr bemerkbar, weil dein Heck extrem unruhig ist, ohnehin schon. Und ich sehe da vorne einen Nico Rosberg. Ich habe absolut keine Ahnung, wo wir in diesen Rennen landen werden. Muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich finde aber, die Spa-Rennen sind bis jetzt so mit die spannendsten oder die am unvorhergesehensten. In der Renault-Saison war es schon so und in der Saison hatten wir schon einige unvorhergesehene Rennen, aber was da vorhin passiert, ist alles und was das für Verschiebungen alles auch mit sich bringt. Das übersteigt nochmal alles, was wir bis jetzt in der Saison gesehen haben. Die liebe Master dreht hier die schnellste Runde. Also ich hatte damit gerechnet, dass wir in Belgien super gut nach vorne kommen. Denn in F1 2014 und den vorangegangenen Teilen war das meine absolut stärkste Strecke. hier ist es vielleicht auch noch so, aber Belgien ist wirklich schlimm geworden, was das Reifen abbauen betrifft. Es geht fast so schnell voran wie der Regenwaldabbau in Brasilien im Amazonas. Aber jetzt kriegen wir zum Glück frische Reifen. Der Stappen fährt noch ein Röntgen. Riccardo zieht da vorbei. Ist da noch jemand an der Box? Nö. Wir sind die einzigen. Magnussen und Hülkenberg. Und Lewis Hamilton eventuell auch. Lewis Hamilton unmittelbar hinter uns. Boah, der ungünstigste Spot um rauszukommen aus der Box. Und jetzt hat er die Chance. Mit DRS wird er es versuchen. Ich gebe ihm keinen Windschatten. Ich habe mich schon entschlossen, wo ich die Kurve anfahre. Und wir bleiben vorne. Sauber. Also obwohl er die frischeren Reifen hatte. Ein, zwei Runden. hat er daraus keinen so großen Profit schlagen können, dass er uns hier überholt. Vettel auf acht, Hamilton auf neun und davor Magnussen und Hülkenberg. Hört man auch nicht so häufig. Hört man auch nicht so häufig. So, und erneut das überholt man über gegen Magnussen im letzten Sektor. Dieses Mal außen und jetzt gleich an Hülkenberg vorbei, Fragezeichen. Kurze Berührung. Der zappelt aber auch rum wie sonst was der Nico. So, schönes Überholmanöver auch gegen Nico Hülkenberg. Absolute Bestzeit im letzten Sektor mit so viel Windschatten, kein Wunder. Und jetzt geht die Jagd los. Die anderen Fahrer haben jetzt ebenfalls die weichere Reifenmischung. Am Ende fahren die aber nochmal alle auf die harte Reifenmischung, also auf die Mediums. Wir werden dann den Profit haben, beziehungsweise den Vorteil haben, dass wir hier entsprechend mit den weichen Reifen nochmal am Ende fahren werden. Und das heißt für uns dass wir gegen Ende der Stints zwar einen Nachteil haben, weil die weichen Reifen stärker abbauen, aber das heißt trotzdem nicht, dass wir keinen Vorteil hätten, sondern wir haben den Vorteil, dass unsere Reifen natürlich schneller sind. Zumindest zu Beginn des Stints dürften wir einen riesen Vorteil haben. Dadurch einen Vorsprung wie von sechs Sekunden zu Ricardo von Ricardo den dürften wir sehr schnell abknabbern. Im zweiten Sektor fahre ich jetzt mit den weichen Reifen 2,2 Sekunden schneller und ich komme sogar näher an Danny Ricardo. Also das ist schon mal eine Hausnummer. Das zeigt, was für einen Unterschied zwischen den Reifen gegeben ist. Und wir fahren eine absolute Bestheit 1,48 8. Okay, scheinbar bin ich in Spa doch ganz gut unterwegs, nur halt auf den härteren Reifen nicht unbedingt. Ich weiß nicht, was Rike vorgefahren ist, aber eine 1,48 8 garantiert nicht. 3,8 Sekunden Daniel Riccardo verliert hier echt extrem viel Zeit 2,2 Sekunden haben wir jetzt aufgeholt in 4 Sektoren glaube ich. Wenn wir das Ganze mal weiterdenken, na, P2 wäre möglich. Jetzt auch drei Verbesserungen in Positionen, wer weiß. Kimi Raikönnen wird wie immer der letzte Mann sein, den es zu schlagen gilt für den Sieg. Hat hier eine absolut starke Saison. Mercedes schwächelt unglaublich. Ich habe da nichts verändert wirklich am Mercedes. Ich habe da weder die Leistung reduziert in den Dateien noch sonst wie. Das würde ich mich gar nicht trauen, weil ich mich da zu wenig auskenne mit. Mods installieren ist easy. Einfach Daten rüber kopieren in den meisten Fällen, aber ich würde dann niemals irgendwie an der Konfigurationsdatei des Mercedes schrauben, vor allem weil ich dann Schiss hätte, dass das Spiel irgendwie online nicht mehr funktioniert und sonst wie. So und wen überholt Daniel Ricardo jetzt hier? Ist es ein überrundeter oder? Nein, ist es nicht. Das ist Valtteri Bottas, der scheinbar auf einer 3-Stop unterwegs ist. Grunde 11, zweiter Boxenstopp. Das ist aussagekräftig genug. Hier gibt es Trümmerteile und es gibt eine gelbe Flagge. Überhol Verbot und Eriksson ist draußen und Gelb ist verstrichen. Wir kommen an Bottas ran und kommen an Bottas vorbei. Und da haben wir Philippe Massa und Riccardo fährt dem voll ins Heck. Was macht der denn? Was war das denn? Ich bitte euch, okay, vielleicht ist die KI von F1 2015 nicht gut, aber so dumm können die doch mit. Der fährt jedem Fahrzeug ins Heck. Wie dumm ist der Typ denn bitte? Und Kimi Räikkönen hat es auch erwischt. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Was ist denn hier los? Was macht denn die Leute hier? Die fahren grad retarded as beep. Ja, und ich grad auch. Ey, man merkt, sobald irgendwas passiert, was mich sowas von irritiert, verkacke ich die nächsten zwei, drei Kurven oder die nächste halbe Runde. Ja, sechs Sekunden verloren im mittleren Sektor. Das hätte nicht sein müssen. So, okay, jetzt, du fährst Räikkönen voll ins Getriebe, dann überhole ich euch einfach direkt auf der Geraden hier, nach der Kurve. Räikkönen wahrscheinlich mit einem leicht beschädigten Frontflügel und Nutznießer dieser ganzen Situation hier ist Nico Rosberg. Tatsache, der deutsche Pilot, der bis jetzt in der Saison anfangs ganz gut aussah, später dann sehr, sehr stark in der Formkurve abgefallen ist, führt jetzt das Rennen hier an, die ganzen Krümmerteile, es sind glaube ich immer noch welche dazugekommen, 17 Fahrzeuge mittlerweile nur noch im Feld, ich glaube das habe ich auch noch nicht erlebt, dass drei Fahrzeuge hier ausscheiden, eines kann mal passieren, zwei geht auch, drei ist wirklich schon krass und die Frage ist jetzt, können wir uns gegen Nico Rosberg hier durchsetzen? Also wirklich, das kann auch glaube ich nicht am Mod liegen, weil wer die Renault Saison gesehen hat, der weiß, die waren hier alle komplett ordnungsgemäß unterwegs, da gab es vielleicht mal einen Crash, aber das war es auch dann. Ja, Bottas hat irgendwie ein Loch in der Nase, hat er zu viel gekochelt oder wie? Auf der Suche nach Gold. 7,3 Sekunden der Rückstand zu Rosberg. Ihr merkt auch, meine Stinks sind absolut also ich glaube so eine große Schwankung in verschiedenen Runden hatte ich noch nie bei den Rundenzeiten. Aber hey, der Zweikampf gegen Walter Ribot, das ist absolut phänomenal. Und Nico Rosberg ist jetzt an der Box. Dadurch sind wir in Führung gegangen. Und Nico Rosberg kommt da deutlich hinter Ricardo raus, das heißt, er wird hier nicht aufgehalten. Reikönen hatte das Glück, dass er hier vielleicht, also er hatte natürlich Pech mit dem beschädigten Frontflügel. Uiuiui, ach man, was macht er denn? Ich wollte von Anfang an nach rechts ganz kurz, das muss ich mal genauer anschauen. Das könnte auch so ein bisschen erklären, was die KI Dummes macht. So, hier bin ich in der Mitte. Ich habe mich noch nicht entschlossen, irgendwas zu tun. Hier sehe ich jetzt, dass er da nach links lenkt. So, er kommt aufs Gras. Oh Gott, der Sound. Was mache ich, wenn ich sehe, dass er nach links lenkt? Ich möchte ja fair sein, ich möchte nicht wie wir Stubb mir im letzten Moment vor seine Nase ziehen. Ich drücke das Lenkrad ganz leicht nach rechts. Warum ganz leicht? Natürlich, damit ich nicht so einen Abflug wie er mache und aufs Gras lande. Was macht er? Er fährt mir einfach voll in die Küste. Ist jetzt immer noch neben mir, aber ich wollte nur mal analysiert haben, was die KI hier teilweise für retardete Sachen macht. Oh, ja, komm. Wow. Das, das war jetzt, also ich hoffe, dafür kriegt er jetzt eine Strafe. Das war jetzt absolut unfair. Eieiei, wie viele Verwarnungen gibt es denn hier bitte? Massa, mehrere Strafen erhalten disqualifiziert. Es sind mittlerweile nur noch 16 Fahrzeuge unterwegs übrigens. Und Bottas? Der kriegt keine Strafe. Ich würde sagen, damit ist so ein bisschen das, was ich in Ungarn gegen Alonso gemacht habe, auf jeden Fall gerechtfertigt. Oh, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. So, das wollte ich eigentlich nur machen. Ha, die hatten den Boxenstopp auf Runde 13 vorverlegt, oder wie? Ne, wenn schon, dann fahre ich jetzt auch wirklich bis Runde 15 und nehme dann die 2-Stopp mit 2-Mal Options. Wenn nicht permanent irgendwelche Leute andere über den Haufen fahren würden, dann wäre das kein Problem. Dann könnte ich mich auch viel besser aufs Rennen konzentrieren. Das ist dann sowas, was einen professionellen Rennfahrer, der auch in der Formel 1 unterwegs ist, möglich ist. Der kann das alles ausblenden, der kann die schnellen Rundenzeiten weiterhin fahren, der lässt sich von sowas nicht beirren, als jemand, der noch nie ein richtiges Profi-Rennen gefahren ist. Ich war zwar im Kart-Sport eine sehr lange Zeit, ja gut, sehr lange, vergess die Formulierung, das ist so eine Floskel, die man automatisch irgendwie einbaut. Ich war zwar eine Weile im Kart-Sport unterwegs, auch auf Amateur-Ebene kann man sagen, aber natürlich fehlt dir trotzdem die Erfahrung, dass du mit sowas umgehst, dass jetzt plötzlich alle neben dir Riot gehen. Und ich glaube mal, Nico Rosberg dürfte hier tatsächlich zu Ende fahren. Da können wir mal ganz, ganz kurz schauen. Sorry, dass ich so oft pausiere, aber muss sein. Nico Rosberg fährt Primes, Raikönel fährt Options, also Raikönel wird nochmal stoppen, Rosberg glaube ich nicht. Ich glaube, der zieht das durch. Und Valtteri Bottas, der Mann, der uns hier so unfair überholt hatte. kann sich auch absetzen. Ja, also er ist mit der 3-Stop unterwegs, das heißt, er hat die viel frischeren Reifen drauf als ich. Seine sind vielleicht 3-4 Runden halt, meine sind, also er ist in Runde 11 rausgekommen aus der Box oder reingekommen das zweite Mal. Das heißt, im Moment sind seine Reifen wirklich nur 4 Runden alt. Also ich fahre trotzdem den größten Mistfahrt zusammen, klar, 4,5 Sekunden nur noch der Vorsprung zu Rosberg und im zweiten Sektor so langsam wie schon lange nicht, aber nein, jetzt habe ich auf die Bremsverteilung geklickt. Ganz kurz pausieren wir an der Stelle und zwischenspeichern, weil ich möchte definitiv die weichen Reifen haben. Wenn ich jetzt nicht die reichen Reifen bekomme, dann starte ich da nochmal an der Stelle neu. Okay, gut. Dann tun wir das. Ich dachte, es wäre eigentlich gesetzt, dass wenn ich so lange draußen bleibe, Leute, dass ich dann nochmal so lange draußen bleibe. Es kann doch nicht so schwer sein, das zu verstehen. So. Options bitte. Wenn mir jetzt irgendeiner von denen wieder Primes aufziehen will, dann kriegt er eine Gehaltskürzung. So. Ja, das ist eine ziemlich harte Maßnahme. Okay, ich kann nur hoffen, dass wir jetzt nochmal nach vorne kommen und dass ich mich jetzt richtig konzentrieren kann, weil sogar Hamilton zum Beispiel an uns vorbeigezogen ist. Und zwar super deutlich auch noch. So deutlich ist es auch nicht. Aber ich muss echt sagen, dieses Rennen trotz der ganzen komischen Situation und obwohl ich ja fahrerisch nicht mehr irgendwie mich konzentrieren kann, weil so viel passiert einfach. Es macht mega Spaß, weil ich weiß nicht. Denkt mal an Runde 5 zurück. Was hättet ihr da getippt? Wie viel werden wir am Ende? Denkt mal an Runde 10. Was hättet ihr da gedacht? Und jetzt weiß ich immer noch nicht, wo ich dieses zufällige finde ich fehlt so ein bisschen der aktuellen Formel 1. Es geht zu sehr in gesetzte Bahnen. Du siehst keine Rennsieger mehr, die du nicht erwartet hättest. Ich glaube das letzte Mal, jemand ein Rennen gewonnen hat, wo ich es wirklich nie erwartet hätte. Ja okay, gut, da kann man Max Verstappen in Barcelona nehmen. Okay. Da könnte man vielleicht Singapur 2015 nehmen, wobei da war nach den Trainings klar, dass Ferrari einfach deutlich stärker ist. Da könnte man aber zurückdenken an vielleicht Räikkönen in Spa 2009. Da war der Ferrari wirklich richtig schwach. Aber vielleicht muss man auch gar nicht so weit zurückgehen und kann an 2012 denken. Genau, Maldonado hat da gewonnen. Oder 2013 Räikkönen in Melbourne hat auch plötzlich jeder dumm aus der Wäsche geguckt, als plötzlich Räikkönen erster war und trotzdem die schnellste Rennrücken gefahren ist, obwohl er 2-Stop gefahren ist. Also das war für mich so der letzte Sieg, wo es absolut unvorhergesehen war, wer da überhaupt gewinnen könnte. Plötzlich in der Mitte des Renns kristallisiert sich heraus, Räikkönen gewinnt das Ding. Ansonsten wie gesagt, 2012 Maldonado gehört für mich so ein bisschen dazu, klar. 2012 hatte auch Nico Hülkenberg eine Chance in Brasilien zu gewinnen. Hat dann in einer Kurve, in der ersten Kurve dann aber ein bisschen sich selbst verbockt und auch Lewis Hamilton die Sieg Chancen genommen. 2012 war wirklich so eine Saison, da war mir Hamilton unheimlich sympathisch. Der ist da megamäßig gut gefahren. hat da glaube ich keinen einzigen Fehler gemacht, aber durch die Fehler vom Team hat er einfach so viele Punkte verloren. Man denke zurück an verschiedene Boxen Stops, die einfach mega schlecht waren. In Bahrain, in Monaco, da hat er megamäßig viele Punkte verloren, vor allem in Monaco, weil du dann nicht mehr überholen kannst. Man denke zurück an sowas wie Barcelona, Katalunya, wo er die Pole geholt hat, auch noch mit über einer halben Sekunde Vorsprung oder so. Und dann wurde ihm die Zeit abgekannt, weil er zu wenig Sprit dabei hatte. Und wer tankt den Sprit nach? Natürlich das Team. Und da war wieder das Team schuld, dass er nicht die Pole bekommen hat. Ansonsten hätte er das Rennen locker dominiert, denn er ist mit zwei Stops von 24 auf 8 vorgefahren, glaube ich. Sogar vor Jensen Button, der da in den Top 10 irgendwo gestartet ist, sein damaliger Teampollege. Ich muss sagen, 2012 war Hamilton wirklich unglaublich gut unterwegs und ist da auch fair gefahren. Also das ist ja das Ding, was mich so ein bisschen ankotzt am aktuellen Mercedes Duell, dass beide nie wirklich mit so sauberen Waffen kämpfen. Also das ist halt wirklich was was mich stört, denn wenn ich mir mal Kanada anschaue oder auch Österreich, dann denke ich mir immer so okay, es gab natürlich auch die chronische Momente zwischen Senna und Prost. Ja, okay, aber wenn ich mal ehrlich bin, ich bin niemand, der wirklich so sehr diese Szenen vergöttert. Ich zum Beispiel bin niemand, der sagt, okay, Prost, schießt Senna in Suzuka ab, eine Saison später macht Senna dasselbe gegen Prost. Super Typ, hat er gut gemacht. Ich finde, es ist durchaus kritisch anzusehen, nur weil es Eierton Senna ist, nur weil dieser Name so groß ist, finde ich, ist er nicht immun gegen Kritik oder sollte er nicht sein. Und wenn jemand wirklich sich auf der Strecke nicht okay verhält, dann ist es echt nicht cool. In der Senna Doku oder war das in der Senna Doku ich weiß es nicht irgendwo hieß es vom Schumachers Seiten aus dass er anfangs auch von den Großen so ein bisschen gepiesackt wurde auf der Strecke und dass Senna auch zu ihm persönlich gekommen wäre und gemeint hätte ey wenn ich irgendwie hinter dir bin dann macht direkt Platz du bist ein Junior und ich bin hier der etablierte Pilot da muss man schon sagen die sind schon nicht so freundlich immer gewesen und wenn man jetzt an Senna zurückdenkt dann romantisiert man das alles auch schön aber im Endeffekt die Wahrheit war halt dass auch Senna jemand war der durchaus gerne mal wenn es nötig war zu unfairen Mitteln gegriffen hat genau wie Schumacher genau wie Hamilton genau wie Alonso in der Saison 2007 da hat mal Karma gesiegt und auch damit Kimi gesiegt ja da hat mal derjenige gewonnen der niemanden hat sabotieren wollen also da war ja Alonso nicht so koscher und auch Hamiltons Verhalten war nie so koscher 2007 bei McLaren das war ja sowieso die absolute das war das absolute Chaos was da im Team geherrscht hat apropos Chaos wir sind Zweiter wo ist Rosberg wo ist Rosberg das meine ich hättet ihr vor fünf Runden gedacht dass ich hier wieder um den Sieg mitfahren werde ich hätte es nicht gedacht ich dachte Rosberg holt den sich super super locker easy aber jetzt sind wir halt hier wieder dran an Valtteri Bottas in diesem Fall ja wieder geht es hier um einen Sieg mit dem Finnen also die Finnen sind in dieser Saison auch gut unterwegs in der Mod also ne ich möchte jetzt auch nicht irgendwie sagen Senna sei ein Arschloch oder so gewesen oder irgendwas also ich finde beziehungsweise viele Leute im Internet interpretieren sowas kaum äußert man Kritik schon heißt es warum findest du den scheiße ich sag nicht dass er scheiße ist ich sag nur dass ich sein Verhalten in gewissen Zügen kritisieren will und dass es auch gewisse Verhaltensmuster gibt die man kritisieren sollte unabhängig davon an wem man sie beobachtet und wenn jetzt ein Rosberg jetzt dem Max Verstappen keinen Platz lässt dann ist es für mich nicht okay er hat endlich die Eier zu zeigen dass er gegenhält weil erstmal prinzipiell hat Verstappen nichts mit dem Mercedes Duell zu tun also warum sollte Rosberg da die Eier zeigen gegen Verstappen und auch in Österreich muss ich sagen ich heiße das nicht gut was Rosberg da gemacht hat dass er sich so lange hat Zeit ich muss den Satz neu anfangen dass er sich so lange Zeit gelassen hat bis er überhaupt einlenken wollte ich heiße das nicht gut weil das ist etwas womit du direkt eine Kollision provozierst der Mann außen der auch ein bisschen weiter vorne ist und in dessen toten Winkel du bist also Hamilton hatte Rosberg im toten Winkel dort konnte ihn also nicht sehen der denkt okay der Nico lenkt jetzt ein ich lenke jetzt auch ein und du provozierst dadurch eine Kollision ich heiße das nicht gut ebenso wie ich aber auch Hamiltons Untersteuern in Kanada nicht gut heiße okay es kann passieren dass du mal beim Start untersteuern hast aber trotzdem das musst du mit einkalkulieren finde ich als Fahrer und insofern sehe ich das gesamte Duell kritisch man merkt es auch immer wieder wenn ich diskutiere mit euch und das möchte ich auch mal an der Stelle gesagt haben also einige Leute denken dann ach er ist jetzt irgendwie warum verteidigt er Hamilton so stark manche Leute denken sich warum verteidigt der Rosberg so stark aber es sind natürlich immer zwei unterschiedliche Gruppen die das denken bei einer Diskussion spreche ich das ganze anschaut und dann immer sagt Leute seht das alles nie so absolut man sollte nie absolut beurteilen wer jetzt irgendwie der bessere ist wer also insgesamt der bessere ist wer jetzt irgendwie der schnellere ist oder wer jetzt unfair fährt und wer nicht man muss es alles immer sehr stark relativieren finde ich weil wenn man mich gefragt hätte bis 2013 bis Ende 2013 wer der schnellste Pilot ist hätte ich immer Rai Können gesagt Rai Können oder Vettel vielleicht manchmal war Hamilton dabei aber im Grunde genommen war es für mich Kimi Rai Können einfach auch weil er so ein mega starkes Comeback hatte nach 2011 nachdem er nicht dabei war 2010 und 2011 hat er gefehlt aber dann habe ich gesehen 2014 ups wenn man irgendwie mal so eine absolute Aussage tritt wie zum Beispiel Rai Können wird gegen Alonso gewinnen dann sieht man ein bisschen später oh vielleicht stimmt das ja gar nicht so und jetzt bin ich mal für die letzte Runde still denn vielleicht haben wir hier noch eine Chance gegen Bottas auch wenn ich das nicht glaube unsere Reifen sind halt wirklich hinüber der hat die frischeren Reifen falls ihr euch fragt warum ich nicht näher komme er hat viel frischere Reifen er hat glaube ich fünf Runden jetzt gleich auf den dürfte in Runde 16 oder 17 reingekommen sein und das ist natürlich für mich der große Nachteil aber die 2stop hat mich nach vorne gespielt insofern wenn ich zum Beispiel auch mal argumentiere und wenn ich zum Beispiel mal argumentiere und sage dieser oder jener Pilot also wenn ich euch mal widerspreche sage ich meinen Argumenten oder wenn ich mal was sage dann ist es meistens so dass ich nicht unbedingt mal aus innerer Überzeugung sage sondern dass ich es meistens einfach aus so einer objektiveren sicht bewerte wenn ich zum Beispiel wenn man mich jetzt fragen würde wer ist der schnellere fahrer nico oder luis würde ich euch sagen okay luis ist tatsächlich im endeffekt das komplettere paket aber ich würde nicht trotzdem nicht sagen dass nico der langsamere fahrer ist oder der schlechtere fahrer ist meine persönliche meinung wäre zwar dass luis besser ist aber das ding ist solange es nicht empirisch bewiesen wurde solange nicht luis hamilton jede saison gewinnt ist es für mich immer noch etwas was man sehr stark relativieren muss so jetzt in der letzten runde ist botters noch mal absolut weggezogen rosberg kam wir mal näher aber wir holen hier den zweiten platz ich hätte gedacht dass nico rosberg das ding nach hause schaukelt hat dann zusätzlich einen boxen stopp gemacht und tatsächlich können wir hier ich werde gleich nach der siegerehrung weiter reden aber wir können hier einen finnischen piloten gratulieren zu seinem ersten rennsieg glaube ich valteri botters obwohl er super unfair gegen mich gefahren ist gewinnt hier ins spa und diesmal ist es nicht Kimi Raikkonen der hier ganz oben mit der blau weißen flagge glänzen darf so damit wirklich gratulation an valteri botters raikkonen kriegt hier noch eine strafe ist somit von p4 auf 5 abgerutscht und da hinten hat noch einer eine strafe bekommen dann quert hat zwei 5 sekunden strafen bekommen also insgesamt 10 sekunden aufgedröselt aber dem hat es keine position gekostet so jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zum thema diskussion wie gesagt ich habe zwar meine eigene meinung aber ich tue die nie wirklich kund ich habe sie mal kund getan als ich gesagt habe okay formel 1 fahrer sind das ist ein zitat aber zu dem stehe ich immer noch formel 1 fahrer sind ego säue und da stehe ich immer noch dahinter wenn man jetzt an sebastian vettels multi 21 denkt wenn man jetzt an schumachers angeblich verbremser in rascass denkt 2006 wer damals formel 1 geguckt hat wird sich erinnern wenn man an nico rosbergs 2014 angeblichen verbremser überlegt also in monaco wieder oder an hamiltons untersteuern oder an was weiß ich was dann sieht man diese piloten tun alles das ist natürlich wie beim fahrzeug design wenn das team fahrzeug designt tut es alles und geht auch notfalls in grauzonen und auch bewusst in grauzonen um das schnellste fahrzeug auf die beine zu stellen das heißt red bull und auch mercedes die nutzen und auch ferrari und alle anderen teams die nutzen jede möglichkeit jeden millimeter der nicht reguliert wurde oder der falsch reguliert wurde um sich da einen vorteil zu verschaffen dadurch erkennen sie irgendwelche fehlenden regeln die eventuell anderen nicht auffallen und dann kommt sowas wie der blown diffusor bei red bull raus so und bei den fahrern ist es genauso wenn in den regularien etwas nicht hundertprozentig genau festgelegt ist beispielsweise max verstappen der beim bremsen trotzdem einlenkt also die richtung wechselt das ist in den regularien zumindest laut anton laut dem batzmann nicht so genau geregelt das bedeutet dass er diese grauzone nutzt es ist zwar nicht schön den anderen gegenüber aber er nutzt es für sich persönlich und genauso macht jeder andere pilot also ich habe es mehrmals gesagt ich glaube einzig jensen button würde nie sowas machen glaube ich also das ist meine interpretation jetzt jensen button würde sowas nie machen und auch Kimirai können nicht ansonsten finde ich ist von jedem fahrer auszugehen dass er seinen eigenen vorteil immer über den aller anderen stellt vielleicht auch mal den teamvorteil über seine eigenen interessen aber ansonsten jeder fahrer wird für sich selbst fahren übrigens rio harrianto auf 12 geil schade dass da danni quer und carlos sainz nicht zurückgefallen sind nochmal das ist ja mega geil auch noch mit einer komplett normalen strategie genau wie carlos sainz der aber auch nur zwei sekunden vor ihm ist also das ist krass also das möchte ich damit sagen ich finde man sollte nie wirklich mal die augen verschließen und auch mal selbst kritik an seinem fahrer üben können ich habe selbst so viel kritik an raikönnen geäußert seit 2014 ich habe da immer wieder gesagt ey Leute was macht der Typ der kann doch mal schneller fahren das 1 ist für die meisten sehr emotional Thema und ich kann auch verstehen wenn jemand irgendwie sich dann auch ein bisschen persönlich angegriffen fühlt wenn jemand sagt nico rosberg ist irgendwie scheiße und man ist rosberg fan wobei ich sage das nie also auf dem channel gab solche äußerungen nie wir kritisieren immer sehr sachlich aber darum geht es ja auch übrigens was sind die für zeiten gefahren reikönnen 1 46 1 das muss der bug der letzten runde sein nee aber das ding ist ja das ist der bug der letzten runde ich habe mich schon gewundert weil meine 1 48 8 hat bis zur letzten runde noch gültigkeit gehabt als schnellste rennrunde ja das ding ist wenn man einen fahrer kritisiert dann sollte man es nie persönlich nehmen finde ich weiß nicht ob es reikönnen ist oder sonst wer ich selbst übe auch kritik an meinem lieblings fahrer und man sollte da sehr dediziert an solche situationen rangehen und ja wie gesagt wenn ich persönlich auch immer wieder kommentiere dann ist es einfach nur um diese situation zu beschwichtigen wie gesagt wenn jemand sagt hamilton ist die größte misstau rosberg ist besser dann sage ich hey dude schalt mal einen gang runter hamilton ist immerhin derjenige der die letzten zwei jahre dominiert hat wenn dann aber jemand kommt und sagt hamilton ist der absolute knaller und rosberg ist der letzte rotzberg dann sage ich hey dude halt mal bleib mal ruhig nico rosberg hatte bis zu einem gewissen punkt immer noch mehr punkte als hamilton gut jetzt hat sich das geändert jetzt ist die argumentations grundlage dann andere aber dann kann man zum Beispiel sagen dass nico rosberg über die jahre hinweg auch nur minimal langsamer war als hamilton so ist es ja tatsächlich auch ein zwei zehntel pro runde maximal oder ein zwei sekunden pro rennen so weit lagen die immer wieder auseinander das ist für mich nichts also da lässt sich nicht diskutieren wer jetzt besser oder schlechter ist sondern die beiden sind auf einem hohen Niveau und wenn man über Mercedes diskutiert finde ich man sollte auf jeden fall die leistung des jeweils anderen respektieren so egal genug gequatscht ich wollte nicht so lange reden so ausufernd wir haben ein cooles rennen heute gesehen wir haben unglaublich viele verschiebungen gehabt inklusive der verschiebung dass Bottas mit seinem ersten rennsieg wieder an hamilton vorbei ist gratulation an der stelle nochmal an den finnen und wir haben hier bei der konstrukteurswertung dasselbe bild wie beim letzten mal alonso ist vorbei an nasa und ich bedanke mich mal wieder fürs zuschauen ich hoffe es hat euch sehr gut gefallen wenn es euch gefallen hat unterstützt das video und auch die kommenden mit einem däumchen nach oben und ansonsten würde ich sagen macht es gut